Komm, ich nehme dir was ab. Na, deine Klausur machen bestimmt auch gut. Dann hast du einen Top-Examen. Ruf zu Eingriff. Das wollte ich nämlich vorenthalten. Oh. Schön, dass du dir noch dran gedacht hast. So ein Handel kannst du noch nicht spurlos abwickeln. Wir brauchen Beweise. Wo sollen wir die finden? In Heckfurts Büro natürlich. Wir brauchen Beweise. Wir brauchen Beweise. Wir brauchen Beweise. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020